Ach, roten. Gut, bevor wir jetzt nochmal hier anfangen zu kleben, das was ich immer gerne mache, einmal mit Aceton entfetten, einfach auf Nummer sicher gehen, ihr wisst ja, kleben mit Fett oder Staub ist absolutes No-Go, kann eigentlich nur schief gehen und deshalb immer mit etwas Aceton. Ah, ok. So, ein kleines Tüchlein dazwischen, damit der Bogen nicht verkratzt. Ich werde wieder mit ein bisschen Leim arbeiten und den Leim dann auch wieder mit ein bisschen Wasser verdünnen, allerdings nicht so stark wie das letzte Mal am Anfang zum Durchtränken das Leiden. Das soll schon noch ein bisschen dickflüssiger sein, allerdings nicht so klumpig wie das Zeug hier. Also sparsam einen ganz kleinen Tropfen Wasser dazu, das könnte schon zu viel gewesen sein. So, ich habe das erste kleine Stückchen Birkenrinne schon mal zurecht geschnitten und hier so ein bisschen draufgelegt. Das passt ganz gut, werde jetzt hier auch wieder grob anzeichnen. wie das Ganze dann später aussehen soll. So, nicht vergessen, das kann man noch gebrauchen. Und dann hätten wir hier schon mal ein passendes Stückchen rausgelegt. Dann nehmen wir nun ein bisschen von dem Leim. und streichen das mal bis dahin ein. und dann noch ein bisschen nach oben. Dann bringen wir die mal da auf. Ja, das ist ja wie beim Tapezieren hier, da schlägt Wellen wie nichts anderes. Na gut. Nächstes Stück. Wieder ein bisschen Leim. und dann drauf damit. Ein bisschen glatt ziehen, glatt streichen. Na jetzt ist ja doch Leim drauf, das wollte ich nicht. Sonnenmest. Noch ein bisschen verschieben. Okay. 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 Gut. Die eine Seite ist jetzt fertig. Die andere Seite erspare ich euch. Das ist das gleiche in grün. Trocknen lassen werde ich das Ganze wieder mal einen Tag. Vielleicht wird es etwas länger. Weiß ich ja nicht. Und danach werde ich nur auf diesem Bogenrücken jetzt hier ein bisschen Lack ganz einfach verteilen. Vorher natürlich noch die Birkenrinde an den Seiten schön abschneiden, dass das alles schön bündig ist. Und dann mit der Lackschicht sozusagen Schutzfilm da drauf, noch mehrere Lackschichten da drauf, damit sich da auf keinen Fall wieder was lösen kann.